Hallihallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Retrograde Arena. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Video. Hallihallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen nach langer Zeit wieder zu Retrograde Arena, wo die beiden erstmal ausrasten. Was? Wie doch nicht? Nein, absolut nicht. Bleibt da uns nicht weg? War noch eine lange Zeit, äh, habe ich die beiden mal wieder gefragt, ob die Lust hätten und beide haben Ja gesagt. Ich habe doch immer Lust. Erstmal ballern wir den da in die Ecke und jetzt ist es schön, im Gegensatz zu damals habt ihr jetzt beide als Avatare auch im Bild. Ja, ich habe es auch für Sunny einmal gemacht, dass der im Bild mithängt. Hallihallo. Jetzt kann ich euch in euch reinzoomen. So, wir müssen, äh, glaube ich, A zu starten. Ja. Äh, äh, bin ich, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin rot. Äh, Armstrongs, was noch mal, Armstrongs. Das war, glaube ich, das, wo wir alle Waffen einmal durchsprügeln müssen. Okay. Wir haben das ewig lang nicht mehr gespielt, Leute. Ach, das war hier, hier Waffenspiel. Ja, man wird nur... Ich muss mich jetzt erstmal wieder selber umbringen. Also, für die, die das Spiel nicht mehr kennen oder die Videos nicht geguckt haben, wir müssen mit den Waffen die Gegner in diese roten Blöcke schießen. Man selber kann nicht durch die Schüsse sterben. Blau tötet einen nicht. Gelb, äh, gibt es ja auf der Map nicht. Aber an dem würde man abbouncen. Und es gibt zig viele Waffen. Man kann die auch, äh, so mit einem, äh, Schubs umbringen, die Leute. Aber das zählt dann nicht als Waffenkill. Ich hab mich selbst getötet. Es gibt sehr viele verschiedene Boots und die sind alle lustig. Und da war ein toter Kai. Kai, gönn dir den Kill. Ja, 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 mein Gott. Oh, nein. Ja, ja. Self-Elimination. Das musste jetzt auch wieder sein. Und diesmal verschwert keiner von uns das Bild. Gut. Kai, in die Wand mit dir. Mensch, ich bin nicht. Geh weg. Ich bring mich her selber, ob man Feuer mich kriegt. Also, erwartet nicht, dass irgendwer an den Schuss selber stirbt. Das passiert nicht. Ja, danke, Kai. Oh, ich hab die Sniper. Tschüss. Wenn du schon direkt vor mir stehst. Ich wollte nicht, ich bin da Schottgang direkt weg. Ja, die Schottgang ist auch gemein in dem Bodi. Oh, die Sniper ist schon. Nein. 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 Ah, ich hab mich selbst getötetet. Verflucht. Den Pro kriegst du nicht. Selbst eliminiert. Und ich hab mich scheinbar mitgenommen. Ich hab die Flakkanone schon. Ich bin sehr weit. Ich hab den Imploader. Du hast verloren. Ich hab die Flakkanone schon. Ich hab den in den Rackanone schon gebrochen. Ich hab die Flakkanone schon gebrochen. Ich hab die Flakkanone schon gebrochen. Nein! Tchö! Tchö! Ich will die loswerden! Nein! Kacke! Nein! Ja! Ich habe einfach seinen Drift ausgenutzt! Ah, was ist ein Chaos! Du hast nur noch Schüsse! Das habe ich an diesem Spiel verbisst! Keil! Geht als Michael! Danke! Ey, der war mir! Meiner! Meiner! Was? Der geht als Hot War Schuss, obwohl ich den nur in dir abgebrochen bin! Ich habe dich einmal getroffen mit meinem Schuss, danach geht es als Michael! Leute, ich bin schon wieder bei dem Flooder! Danke! Das ist immer noch mein Game! Das ist immer noch mein Game! Wir sind so lange nicht gestreht und trotzdem bin ich aus dem Spiel raus! Ich darf übrigens, wenn Akalia eine Runde hier mal gewonnen hat, die ganze Zeit anhören, er wäre jetzt der Champion! Ich spreche mich eher selber, bevor ich den Kill gehe! Den Kill kriegst du nicht! Doch, den wollte ich aber! Kommt, Leute! 3-0 für mich, bitte! Nein! Das wäre eine Demütigung! Wie ist das denn schon mal der Sniper? Weil ich euch doppelt erwischt habe! Der hat jeden Fall uns einfach umgebracht! Ich muss ihn nur da oben reinschieben! Oder es reicht, wenn ich den finalen Treffer mache! Ich fühl mich lieber selber! Ich schaue die ganze Zeit mit dem Sniper selber um! Danke! Hä? Wie war das einer von deinem Fall? Das war das Safe Elimination! Ich habe nicht einmal gestriffen, das reicht! Oh, wow! Ich hoffe immer noch mit der Shotgun rum, ey! Und hier kommt schon mit diesem Smashy Gun Hot Wards oder Bombs! Ich schaffe das 3-0, Leute! Ich schaffe das 3-0! Ich habe das 3-0! Ich habe schon wieder ein paar Arteile, ich habe nix verlernt! Warte, ich muss auf den da gehen! Ich muss ihn demütigen! Ich bin beim Imploader! Im Ernst, hier habe ich dich nicht getroffen! Ich stand neben dir! Komm, Imploader! Ich muss treffen! Get me the victory! Ja! Nö! Ich verzieh mich! Hi! Ja, 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 ja! Nein, du warst schon tot! Ah! Alles Teil des Plans! Ich bring mich selber um! Leute? Ich wollte das auch bei dem... Ah, das war leider nur der Buddyslam, der nicht umgebracht hat! Jungs! Was? Oh, wir stehen da mal kurz vor! Du darfst nicht so nah an der Wand stehen, wenn der den Bloat hat! Der kann nicht in die Wand reinziehen! Ja, ja! Ach, verdammt! Nein! Die ganze werden die Wand! Nein! Schade! Nääääää! Verblauar! Nicht mein 3-0! Ich habe auch 1 gewonnen, yay! Was zum Fick? Oh, und dann hab ich dich mit der Shotgun erwischt. Ja, und dann hab ich mich mit dem Sitzir. Komm, ich muss dich doch nur treffen. Ja, es hat gereicht. Ich hab dich einmal noch gestriffen, bevor du gestorben bist. Ach, wird. Aua. Oh, Heikai. Nein. Ich hab mich selber aufgemacht. Ja, war mein Kühl. Der Sniper Battle. Jetzt nicht mehr. Ja! Ich bin gleich wieder bei Imploader. Ich bin beim Imploader. War weg von der Shotgun. Kai, nein! Kai, ja! Warum ist man Imploader so langsam? Warum hab ich eine Sniper? Ja, zu... Du hast mich nebenbei getötet. Naja, sagen wir mal so, du hast den Finisher gemacht. Danke, Kai! Danke für den Victory! Yeah! Das ist so dämlich. Ich bring mich nur selber um die ganze Zeit. Oh, hier ist es jetzt übrigens dieses Goldene. Dieses Goldene? Ja, das, wo man abbauen kann. Ich wollte einfach, bis ihr das öffnet. Ich hab schon wieder vergessen, dass ich blau bin. Du schaffst das, Kai! Der hat mich in die Wand gedrückt. Mit seinen dicken, fetten Foodie. ich habe mich schon selber umgebracht im selben moment selber umgebracht dass sein dieses ding eingesammelt hat ich weiß wo das hinzielt ich muss schaffen nicht ging das roh dazu kommen geht rauf tschüss ja ein ohne leine ex-person hat mich weggeheated ja ich hab's alles was ich wollte hallo ich hab was ich wollte ich wurde groß erst mal den da weg der war schon auch genug groß ich habe ich mit meinem eigenen sniper umgebracht weil der quer durch die web gebaut ist ist das nicht normal bei dem spiel dass man sich selbst tötet ja hier ist eine mauer ich weiß ich mag vielleicht blöde seid aber nicht bescheuert ich bin nur selbstmordgefährdet gerade in dem spiel bin ich nur selbstmordgefährdet nicht nur ich kann auch sagen ja es ist ja schon wieder der große weg mit dem schiff mit der maschine kann sich bei dem wenigstens schnell weg ich habe die waffe gegen sunny komm wohl die doch deine sniper das ist ein accelerator das war der der die ganze zeit so rumhüpft ich habe angst ich glaube jetzt ist es abgelaufen das ist zwar selbstmord ach diese gelben dinge da oben nicht blöde ja er kriegt den Bock nicht hält als ob ja wenn du dich noch am ende selber umbringst kriegst den Bock nicht war doch schon immer so stimmt ich erinnere mich hab's ich hab mich nur da reingeheatet ich glaube an dich es ist vergebene liebe zu siehst du ich hab jetzt keinen Punkt bekommen einfach nur den weg damit er bloß nicht den Punkt kriegt nein 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 das ist Kais doch nicht danke kein Ding ha ich hab ein Mühe sagst du jetzt Kais wir sind die wir sind die 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 weh der die 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 mit nichts zu tun aus dem Teampartner umbringen gewonnen wie war das wahrscheinlich bis der Offer gebracht wird? das war die Hache ich lebe noch ich hab McIlray da geschossen ok, sein Schild ist weg ey du so, damit sind wir quitt dann sind zuerst du das jetzt gewinnst ach verdammt, der war schon weg von der Wand das sagst du, ich soll euch gegen so einen riesen Fettsack komm, versuch's doch selber Fettsack nein, 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 nein nein, ich hab versucht nicht mit der Maschinen dann auszubremsen wo kann ich's machen ja, wenn du einmal in dem gelben drin bist, bist du tot habs habs tschuldigung aber für den konnte ich nichts tschüss als ob du mich genau auf die Ecke gefeuert hast jetzt kommt doch nur Frieden Frieden gibt's hier nicht, hier gibt's nur Blut und Tod ich will das nicht okay, Sunny kann jetzt auch sterben ich finde das so gemein, dass der Großhau noch ein Schild bekommt ne, nicht mit der Standardwaffe, das kannst du knicken Kai wir müssen uns gegen den verbünden, er darf keinen Punkt kriegen pass auf schade sein Imploader ist tödlich der hat einfach so nie Minze Range aber der schön ist den kannst du zurückballern ja, er hat genau in dem Moment ne Shotgun aufgesammelt unlucky weil wir beide Punkt bekommen haben Danke, Kai das war ein gutes Teamwork Ach, das waren noch wieder ein paar schöne Runden ja Leute, das, was mir diesen E2GreatArena Part wenn sich gefällt hat, aber einen Hike da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder wir nehmen jetzt noch ein, zwei Parts auf